Geblinkt oder irgendwas anderes. Ich kann ein bisschen Richtung Gruppe laufen, aber auch nicht zu weit, weil ich den Boss dann ziehe. Alle waren ready. Pull 10. Reporten, zieh den Boss auf deine Position. Bitte frühzeitig ansagen, falls ihr uns nicht in der Range habt. So okay? Ja. Und als erstes kommt wieder 66 Fired mit dem Stun und 100 Shadow mit dem AOE Split Damage. AOE Red Damage kommt. Als nächstes 100 Fired, Debuffspieler raus. Und Orb kommt. Als nächstes 66 Shadow. Denkt an den 4, der ist wichtig. Und danach kommen die Fire Lanes. Ich habe kein 4, passt. Ich habe kein 4, passt. Die Fire Lanes kommen gleich. Ich dachte schon, sehr schön. Ich bin fein. 100 Shadow als nächstes, Split Damage. Stacked. Danach 66 Fire. Also Stunt Player und Void Stouch. So. Beware. Als nächstes kommt 33 Shadow, also die Orphid. On the Way. 100 Fire. Stun und Void dodgen. Äh, Stun und Void dodgen. Die was raus. Müsst du mir? Als nächstes wieder 100 Shadow. Da ist Stacken, dann die Fire Lanes kommen gleich, die Leute raus. Zieht sonst ein Personal, wenn ihr raus musst und die OE kommt. Battle Reds. Instant Taunt. Oah, 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 oah. Müsstens kommt 33 Shadow und 76 Fire. Kugel und Stunzen mit Void dodgen. Void dodgen, Kugel dodgen. Release Achtung drüben. Na gut, 66 Shadow Next. Achtet auf die Fears. Und 100 Fire. Devops dann raus. Ich hab keinen, ich bin fein. Wirf's raus. Gleich 100 Shadow. Stacken bleiben. Und nach einiger Zeit, 33 Fire. Die Fire Lanes. Die Fire Lanes, fahnd ich Trim. Sehr schön. 33 Shadow, die ich bin. Und 66 Feuer, People werden gestunt und dodgete Goldstunten Ihr wolltet an das letzte Sachen 66 Shadow gleich, nochmal 4 drauf achten Das war jetzt gerade bei dir wieder Marcel Wunderbar geschehen